Summer Breeze Summer Breeze Ein Stichwort für die meisten von euch Das ist unser Sommerfest Wir haben es letztes Jahr das erste Mal gemacht Wir hatten ca. 1100 Anmeldungen auf Facebook Und es war voll Es war richtig geil Von Golf R bis Lamborghini Aventador Und Porsche GT3s Und Mercedes M Und BMW BMW Mercedes AMG Es ist eine Mischung zwischen Tuning Treffen Cars & Coffee Die Leute haben auch hier die Rheinstraße Umbenannt in Turbokurve Hückelhoven Das hat auch schon seinen Grund gehabt Ein geiler Tag Wie gesagt, letztes Jahr waren 1100 Anmeldungen Ich glaube wir hatten mehr Leute da Bisweilen haben wir schon über 4000 Anmeldungen Für den 12.8. Also Ja, wenn ihr auf Facebook seid Sucht Summer Breeze 2.0 Und bitte bestätigt Ob ihr kommt oder nicht Weil dann können wir ein bisschen planen Mit Getränken, mit Essen Weil wir ja auch nicht wollen Dass wir dann nichts mehr zu essen haben Und nichts mehr zu trinken haben Die Veranstaltung ist auch unten in der Videobeschreibung Trotzdem darf natürlich jeder kommen So Was ist denn dieses Jahr anders als letztes Jahr? Was ist dieses Jahr anders? Dieses Jahr haben wir erstmal das ganze Industriegebiet absperren Also wir werden das Industriegebiet einmal komplett absperren lassen Ja? Weil das letztes Jahr einfach Es waren so viele Autos da Und wir erwarten diesmal zwei, also Zwei, dreimal mehr als letztes Jahr Also wir werden das Industriegebiet absperren lassen Wir haben Monster Energy am Start Wir haben ein geiles Barbecue Wir haben zwei, drei Aussteller hier Ich bin den ganzen Tag da Und ja Was heißt anders? Viel anders nicht Es wird einfach nur größer Bigger Better Es wird größer Es wird noch besser Wir lassen ein bisschen Musik laufen vielleicht Aber einfach Wir wollen einfach mit euch Mit unseren Kunden Lieferanten Partnern Freunden Fans Und Followern Einen geilen Tag verbringen Ich werde natürlich auch Vor Ort und anwesend sein Den ganzen Tag lang Seid früh genug da Oder rechtzeitig da Wenn ihr Ja In der Nähe von der Firma parken möchtet Hier auf der Rheinstraße 5 in Hückloven Ja, weil ich denke Es wird sehr, 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 sehr voll Ganz wichtig nochmal Auf der Fahrt hierher Ja Die meisten werden von der Autobahn kommen Auf der Fahrt hierher Bitte, bitte, bitte Ganz normal Hierher fahren Ja Ähm Natürlich Wie bei jedem großen Event Was angekündigt wird Wird Polzai präsent sein Aber glaubt mir Die werden euch in Ruhe lassen Natürlich Wer aus der Reihe tanzt Ja Ja Kriegt Ärger Also bitte ganz normal Die Autobahn runterfahren Ganz normal hierher fahren Und wenn ihr da vorne ankommt Wo quasi abgesperrt ist Und ihr sagt Ihr möchtet zum Summer Breeze Dann ganz normal hier reinfahren Auto abstellen Spaß haben Ja Also bitte, bitte, bitte auf den Weg hierher Wenn man runterkommt Wir wissen alle Wie eure Autos klingen Wir wissen alle Wie schnell die sind Ja Bitte ganz normal zu uns kommen Beim Wegfahren Das gleiche bitte Außerdem Ist hier Kurz vor dem Eingang der nächsten Ortschaft Ein Blitzer Da ist 50 Ja Also bitte ganz normal zu unserem Event herkommen Und ganz normal auch wieder wegfahren Das ist meine Bitte an euch Weil sonst können wir sowas in Zukunft nicht mehr machen Und wir wollen es jedes Jahr machen Es wird größer Es wird geiler Es wird schöner Und wir wollen einfach jedes Jahr Wollen wir es wiederholen Und wenn die Leute aus der Reihe tanzen Können wir es nicht machen Ja Also das ist meine Bitte an euch Ansonsten markiert euch im Kalender Wie gesagt der 12.8. Das ist der 12. August So Nächsten Monat Wir freuen uns drauf Wir haben noch jede Menge Arbeit bis dahin Und wir hoffen dass das Wetter mitspielen wird Aber wenn Mitte August der Wetter scheiße ist Dann haben wir echt einen schwarzen Peter gezogen Ich denke aber nicht Und ja Lars gibt es noch irgendwas worauf ich eingehen sollte Ich denke nicht ne So ich denke das war es erstmal Also Wenn ihr Facebook habt Bitte auf der Veranstaltung Summer Breeze 2.0 Anklicken ob ihr kommt oder interessiert seid Dann können wir ein bisschen besser planen Wenn nicht kommt einfach so Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag Subscribe und Lacken teilen Und bis zum nächsten Mal Dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020